Hallöchen! Ihr war Nausender draußen und Damen und Herren! Herzliches Willkommen zurück zu einer Runde XCOM! And we were in Long Walmart. So, wir sind wieder da, wir spielen weiter. Haben wir schon ein Labor? Warum haben wir noch kein Labor? Labor? Das ist nur für die, ne? Aber hier haben wir, warte mal, die haben wir ja sowieso schon mit der Foundry hier dran. Das heißt, wir könnten auch hier theoretischem Labor bauen. Wir brauchen jetzt einfach mal ein Labor. So, fertig. So, und ansonsten will das können. Auf jeden Fall ist das fertig. Unser Satellit ist fertig, jetzt wieder. Den wir wieder unter, über Deutschland stellen werden. Sehr schön! Launch! Sehr gut! Wir haben jetzt, genau! Und EUROPE, glaube ich. Moment, Bonus? Nö. Äh. Äh. Ne? Äh. Äh. Ich glaube, Russland fehlt noch für Europa, ne? Genau. Germany haben wir ja. China, France haben wir auch. China ist Asien. Genau, Russland fehlt noch. Für das Europa-Ding. Schnauze. Schnauze! Schnauze! So, und dann haben wir jetzt den Raider fertig geforscht. Sehr schön! Sehr schön! Ein neues Pilotentraining haben wir dafür. Was haben wir hier? Sektuit. Ja, mach die mal, komm! Danke! So, wir haben gleich das Containment fertig. Genau, da ist es. Also der Knast. So wie in zwei Wochen. Ach, schade. Commander. Hat nicht ganz geschafft. In Australien haben wir leider einen Einsatz. Leider, leider, leider haben wir da einen Einsatz. Ein Medic natürlich mitnehmen. Eine Infanterie. Hm. Den Godfather mitnehmen, natürlich. Würde ich ja mal fast sagen. Laser, Laser, Laser. Alle Laser. Alles klar. Sehr schön. Dann machen wir den Launch. Leider noch nicht ganz. Dann wird das nächste Folge jetzt wahrscheinlich sein, wo der Arx-2-Hour fertig ist. Gucken, ob wir dann auch schnell einen Alien fangen. Schauen wir mal. In Brisbane. In Brisbane. In Brisbane. In Brisbane. Wollen wir mal ein Stück getrinken. So. Bitte. Bitte. Komm. Bitte. Mach. Heute noch. Danke. So. Und da werden wir abgeseilt. So. Dann schauen wir doch mal. Da ist der Medic. Du gehst mal hier hin. Machst die Tür auf. Machst natürlich erstmal Overwatch. Cambell mit dem Sniper. Batista mit dem Sniper. Du hast halt immer noch nicht gelernt, ne? Mit dem Dingens. Scheinbar nicht. Du gehst mal dahin. Ans Fenster. Sehr gut. Achso. Ich habe die Kommentare gelesen. Jetzt wieder unter dem letzten XCOM Video. Ähm. Ich werde keine Musik hier drunter legen. Hat einfach auch aus dem Grund. Ähm. Weil ich nicht weiß, welche Musik passt. Und die YouTube Musik ist jetzt auch nicht die beste. Ähm. Das werde ich nicht machen. Und außerdem. Würde ich damit auch die Töne überspielen, die in den Einsätzen ist, sind. Wie Schüsse und bla bla bla. Und das möchte ich nicht. Tut mir zwar leid, aber das wird nicht kommen. Ich bin sowieso eigentlich. Ja. Kommt drauf an. Ich höre zwar gerne Musik. Aber ich bin auch nicht unbedingt ein Freund davon. Ähm. Musik anzuhaben. Wenn. Ähm. Ja. Bei bestimmten Sachen. Sagen wir es mal so. Bei bestimmten Sachen müssen die nicht sein. Ich denke mal ihr verstehts. Was. Weil wie gesagt. Es gibt auch eine Sachen. Die müssen. Da muss das nicht sein. Wie zum Beispiel hier. Wenn Schüsse fallen. Wenn man was hören möchte. Oder bla bla bla. Das muss dann nicht unbedingt sein. Dass man Musik darüber hat. Und dann alles überspielt. So. Herr von und zu Dracul. Ja. Und hast du Fein entdeckt. So. Wir gehen jetzt mal hier lang. Die Fernseher wären ja geil. Vor allem die ganze viele Fernseher. Hehehe. Was ist das für ein Ding? Hier. Naja. Okay. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nur gesehen. Da war eine Glasscheibe. Die kaputt gegangen ist. Woher auch immer. Du kommst mal hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du bleibst dort. Erstmal. Du gehst mal hier hin. in die Position. Opportunist. Ist die. Okay. Ja. Da sind sie doch. Ein Stales. Ein Seeker. Ein Sin Man. Und zwei Sektuiden. Habe ich gesehen. Alles klar. Scheiße. Komm du mal bitte zurück. Ähm. Du. Gehst mal bitte direkt da hin. Und jetzt werden die sich bewegen. Die hat jetzt natürlich ein Problem. Weil der steht da. Und ich weiß nicht wo der Ding ist. Der Seeker hin ist. Man konnte der Draguli schießen. Scheiße. Das ist eine gute Frage. Warum. Boah sogar getroffen. Geil. Mit 99 Prozent. Geil. Warum konnten die jetzt nicht schießen. Fahre ich mich. Du bleibst bitte da. Du auch. Du gehst hier hin. Auch das. Du gehst bitte auch hier hin. Gucken wir mal wo der kommt. Die sind vor allen Dingen alle da reingegangen. Da kommt der Sin Man. Da kommt der Sektuid. Der ist jetzt gerade. Genau. Der kriegt nämlich gerade einen Action Shot ab. Wo ist der Seeker? Das ist das Problem. Ich weiß nicht wo der Seeker hin ist. Du siehst einen. Mit 37 Prozent. Probier mal. Schade. Aber du kannst zweimal schießen. Du bist ja in Infanterie. Schade. Aber gut. Das ist also nix. Du siehst den auch ne. 57 Prozent. Das können wir mal ausprobieren. Ja. Das haben wir getroffen. Sechs hat er noch. So. Dann machen wir das doch mal so. Du gehst mal da hin. 46. Schauen wir mal. Schade. Naja. Quatsch nicht. Wer könnte den denn töten? Du. Geh du mal da hin. 40. Sehr gut. Sehr gut. Sag du. Die können den töten. Du gehst mal da hin. Ich weiß immer noch nicht wo der scheiß Seeker hin ist. Wo ist der? Sack. Gut. Mit dem Dingens könnte ich den natürlich sehen. Aber. Leider habe ich. Habe ich die Teile noch nicht mit dem. Mit dem. Ähm. Dingens. Mit dem. Ja. Wo man die. Viecher sehen kann. Du kommst mal bitte hier oben hin gerannt. Du kannst sowieso nicht schießen wenn du gelaufen bist. Du gehst bitte. Mal hier hin. Ach. Die musst du erstmal nachladen. Dann kommst du bitte auch hier oben hin. So. Dragul. Du kommst auch mal hier hin. Dann gehst du auch im Overwatch. Wo ist der? Wo bleibt der? Seeker. Was kommt da? Eine Drohne. Ja. Drohnen sind jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht wo der ist. Da drehe ich mich richtig auf. Ah. Ist der Zugang. Scheiße. Egal. Drei. Dann kommst du mal da hin. Du kommst mal hier hin. Du bleibst auch mal da. Du. Gehst schon mal hier hin. Du. Gehst du da hin. Gehst du da hin. Gehst du da hin. Dragul. Geht mal dann hier an die Ecke. Bewegung. So. Schauen wir mal was kommt. Da kommt die Drohne. Die haut schon wieder ab. Auch nicht schlecht. Ach ja. Ich hasse es. Langsam. Ich bin jetzt abgehauen. Ich könnte natürlich den Sniper da hoch schicken. Pass mal auf. Geh du mal da hin. Du gehst mal da hoch jetzt. Nervt's. Da sieht er sie nämlich. Drei Stück. Drei Stück. 69 Prozent. Wäre doch zu geil gewesen, wenn die direkt abgeknallt hätte. So ne Scheiße. Die Frau Vogt. Könntest du auch mal hier hoch. Mach mal. 66. 57. Dann mach mal die. Ich hoffe. Sehr gut. Die ist platt. Äh. Du siehst hier leider keinen. Ist klar. So Batista. Du könntest mal da hoch rennen. Schon mal. Tu mal was. Olle. Und Kotsche kann heißen ihr. Komm. Du bist mal bitte da hin. Ja. Der könnte auch da. Stimmt. Der könnte auch da hoch. Aber. Bei mir eigentlich gerade herzlich wenig. Weil der dann total in der Flanke steht von dem. kam. Wo das. Der kann sich auch selbst heilen. Aber. Und. von Shatterway. Leider. Leider. War klar. War klar. Da kommt noch. Das ist die von hinten gewesen. Ja. Ach das war eine. Gell. Drei stück. Okay. Ja. Der hat sich aber zweimal bewegt. Die kann nichts mehr machen. Boah. Ein. Wow. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Wie schaden das gemacht hat. Hammer. Komm mal da hoch. Du bist ein Schnipper. Du bist ja wohl mal ein. 87. 87 ist schon mal gut. Komm. Sehr gut. Schneide mal ab. So du. 47. 63. Komm. Sehr gut. Batista. Auch weg. So du musst leider nachladen. Na ja klar. Sind wir das ja immer. Dragole. Auf dich. Dir liegen. jetzt die hoffnungen. Dass du die jetzt kalt machst. Die eine. 43 Prozent. Komm. Gottfaser. Muss ich jetzt nichts zu sagen. Glaube ich. Haha. Muss ich nichts zu sagen. Glaube ich. So. Erstmal. Nachladen. Ein bisschen. Erstmal. Alle. Nachladen. Hier. Soweit. Du gehst mal da oben hin. Mal gucken. Da ist nix lustigerweise. Was mich wundert. Nachladen. Nachladen. So. Ich weiß natürlich wo sind die jetzt. Ah. Von links. Okay. Die du hier sehnt. Nö. Ich hab's nur gesehen. Ich weiß es ist natürlich aus dem Gebäude oder woher. Weiß man jetzt nie ne. Ist er aus dem Gebäude kommt. Oder von oben. Aber ich glaube eher aus dem Gebäude. Gehe ich mal stark von aus. Naja. Los. Olle. Danke. Dann gehst du mal hier hoch. Ach du scheiße nidisch. Äh ö ö ö ö ö ö ö. Komm mal bitte zurück. Scheiße. Da ist n Sieg ja noch da unten. dann kommst du bitte auch hoch scheiße warum laufe ich damit er dahin reicht auch gereicht da google du bist mal bitte hinten hin und jetzt im overwatch du gehst hier vorne hin und jetzt im overwatch scheiße deines frank hier der unterfall war klar ich hasse diese disk war klar dass sie irgendwann kommt das ist sieger ich von drei leuten wirkt schon schaut und alle reichen daneben oder doch nicht anhand der google also war getroffen oder ja aber bringt mir jetzt gerade herzlich wenig weil einer von uns gestorben ist wir wissen auf jeden fall darauf achten dass ich die jetzt nicht pulle wir müssen erst vernünftig alle stehen ich weiß jetzt wo sie ist weil dies ekelhaft hat wie ich dies definitiv ekelhaft dann gehst du mal dahin erst du 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 bleibst mal bitte da du bleibst auch da du wirst mal dahin erst du bleibst auch hier du wirst gleich pullen wahrscheinlich deswegen wirst du du mal hier hin rennen so und du bleibst hier du pullst den jetzt da ist er naja du kommst dann du kommst dann bitte da weg na gut so jetzt müssen wir natürlich abwarten was passiert und du kommst mal bitte hier hoch und gehst auch im overwatch ich hoffe die cyber disk kommt hoch geflogen dass sie direkt von allen kassiert ich hoffe es naja die drohne kommt schon mal hoch immerhin ist noch nicht kaputt scheiße hätte die killen müssen weil jetzt schießen mich alle und das ist das problem wenn ich selber das jetzt hochkommt habe ich natürlich keinen schuss mehr aber wir sind die drohne weg ich kann den schon mal nicht mehr reparieren das schon mal gut ist aber jetzt kommt da kommt auch einer so frech zweite bewegung das ist gut der war die erste ganz neu ach kaum knall die ab so ihr bleibt alle im overwatch weil ich weiß nicht wann die disk kommt oder wo die disk herkommt da kommen sie drei action shots einen treffer schon mal ein treffer immerhin problem ist sie macht schaden wie sau das kack ding dann sage ich euch die ist richtig böse und die schießt natürlich jetzt das war knapp so von dem ist leider jetzt weg sonst kein problem warte dann machen wir gleich komm du könntest doch jetzt treffen du blöde kuh so wieder der shit sehr wohl hallo darf ich hallo sie muss sterben das kackteil das kackteil muss auf jeden fall sterben da komme ich nicht drum herum boah weil vier wow ist ja wieder der shit ne die muss sterben oh man du darfst auch noch 62 gott ja ach das problem ist die treffe ich mit der granate nicht ne ne die fliegt 41 boah da bricht du ins essen ne der war cool geh mal du musst leider ja toll 62 komm komm danke wenn sie getroffen er hat immer noch vier ey das scheiß teil komm ich da nicht hin 65 boah da hätte ich jetzt so gefeiert wenn da dingen umgefallen ne ist doch nicht wahr drei schaden ey zwei hat die noch eh ich brich ins essen ey und jetzt ballert die und tot ne doch nicht ist nur wounded ja gut du kannst mir im arsch nehmen Kumpel dich mach ich gleich lang was ist denn los mit dir hier 83 komm mach die lang bitte danke er lebt ja noch scheiße ne ah stimmt ja die explodiert ja die scheiße ne ne stimmt ja die explodiert ja die kack disk ah hab ich ganz vergessen bei die disk ne diese cyber disk sind so zum kotzen ne das gibt es gar nicht glaubt mir so komm was ist denn ist hier irgendwas verbuggt hier auf dem scheiß dach oder was ist los hammer komm treffe jetzt einmal danke zumindest das das ist mir jetzt gerade egal komm du musst bitte du müsstest jetzt auch treffen das wäre so geil ne danke cool das ist nett du müsstest auch treffen naja aber jetzt ist es 2 immerhin besser als nix ähm stimmt du musstest nachladen draghoul das problem ist noch ich werde die immer noch nicht töten 5 5 5 hat die noch oder 4 ich glaube nicht 65 ne ich werde sie nicht töten glaube ich nicht ähm aber geh du mal hier hin ich glaube nicht dass ich die töten werde so schon mal gar nicht gott wo schieß der denn hin hä hä ach keine Ahnung leck mich am Arsch ey boah die muss da weg die alte die muss da weg die olle mein gott ähm ich schaff da nicht so ne scheiß disk in einer runde zu killen dann gibt es doch gar nicht ach das geht doch jetzt nicht warum ist die denn gewesen hallo ab die wollte ich doch gar nicht die runde ach pass auf die muss da definitiv weg die olle pass auf dann hole ich die mal hier hin scheiß drauf und den draghoul hole ich auch da weg komm mal weg ähm du gehst bitte hier hin du gehst hier schon mal hin so und ihr schießt dann bitte auch war klar so du bitte ausschießen wir sind getroffen Batista schießen war auch klar irgendwo so du darfst auch nochmal schießen mit 52 auch getroffen immerhin aber jetzt sind die wenigstens ein bisschen geschützt die Leute wir sollen natürlich schauen was es bringt boah die flankiert den auch noch ey du bist so ein Arschgesicht du Kackviech ne das ist nicht mehr normal mein gott äh ach ich kann sie auch mal überhalben ist doch zum kotzen äh scheißviech mein gott äh ich hasse es wenn die so weit laufen können oder fliegen können oder whatever ey boah der ist doch zum kotzen jetzt 39% boah 9 critical geil ja jetzt kommt das problem warte mal geh mal da weg weg bitte das ist mir egal du musst nachladen draghoul kommt 62% bitte danke und jetzt mussten den bedarf nur nicht der wurde nicht getroffen sehr gut ich hab's dir überlebt die disc und der schießt dann eben war klar irgendwann ist ja immer glaub ich nicht ne ey das glaub ich nicht jetzt kannst du mir am Arsch lenken jetzt hab ich keinen bock mit dem noch mal zu laden komm geh mir nicht um sack ey komm dann ist es halt so ist da einer jetzt tot mir scheißegal ey da hab ich wirklich keinen bock drauf ey jetzt echt mal da müsste ich jetzt dann schon wieder mit dem disc machen versuchen dass sie dass sie irgendwie da überleben die leute ne nix ist egal deshalb der rocket jetzt tot die olle scheiß drauf wir haben genug leute ja toll dass die scheiße discs jetzt kommen naja 12 missions hat die gemacht hm 29 kills hat sie gemacht gehabt ja ärgerlich da cyberdisc sehr gut gut dann würde ich sagen wie immer wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag ganz schönen Abend wie auch immer wir sind zwar nächstes mal bei einer runde excom enemies in im long world tschüssingen am und am johan